Herzlich Willkommen zu einem erneuten Video. Heute gibt es mal was ganz was anderes. Bei uns hat ein aktuell Challenge Tour Spieler angefragt, ob er Lai, Loft, Länge, Schwung Gewicht und so bei uns mal checken kann. Wir haben dazu gesagt, dass wir uns das mal anschauen. Er war einen Tag vorher auch schon mal da. Da hat er aber noch seine alten Schläger gehabt. Er hat jetzt neue bekommen und er bekommt auch die Hölzer, die einfach nur für Profis sind. Das heißt, da steht auch im Code mit T bezeichnet und da sind die Lai und die Lofts besonders gut. Hat aber nichts mit Performance oder so zu tun, sondern die sind einfach nur genauer die Köpfe. Ja, genau. Ja, wir entschuldigen uns schon mal für die Qualität, sage ich mal. Also erstens ist es auf Englisch, aber ich denke, es ist recht verständlich das Ganze und ja, ich würde mal sagen, wir schneiden das Ganze so zusammen, dass es passt und dass es für euch auch aufschlussreich und hilfreich ist. Und ja, wenn vielleicht der ein oder andere mal in der Kamera steht oder vielleicht was nicht ganz verständlich ist, dann entschuldigen wir uns schon mal dafür. Ich hoffe, ich habe trotzdem Spaß und ja, schauen wir jetzt mal rein. Also, das ist die Lai-angle, oder? Das ist die Lai-angle? Es ist halb per Club. Ja, es ist halb degree per Club. Ja, es ist halb degree per Club. Ja, so es ist normal, aber da gibt es einige Spieler, die die Wätschen einen Degre mehr spielen, oder so. So, wenn man sich so, wenn man die Wätschen ist, die Wätschen sind zu der right oder zu der leften Seite, dann muss man es aufschuldigen, wenn die Wätschen sind einen Degre mehr als die Wätschen sind. So, die Lai ist, in meiner Meinung nach, ist nicht richtig. Was ist richtig ist die Lofte. So, die Lofte macht Sinn für alle? Ja, so, die Lofte ist gut, aber die Lai... So, die Lofte ist gut, aber die Lai... So, die Lofte wird 46, wahrscheinlich? Ja, Lofte ist gut. In der Lofte, ja. So, Lofte... 46,5. 46,5. 6,5. Well, that's... I like 46,5. And the Lai ist... 63, so... So, see that? 63,5. So, we got... So, we got on the 4-iron, 61,5. Then on the 5-iron, 63. On the 6-iron, 63. On the 7-iron, 62,5. 8-iron, 63,5. On the 9-iron, 63,5. On the 9-iron, 63,5. And Pitching Wretch the same. So, yeah, I would suggest that we cut it down to the perfect length. You have to give me one iron and do the same grip thickness. Yes, I don't know if I have the Lampkin on stock, because if you travel, then... We don't have time to... No, we won't. If I order the grips, it would take too long. Any mark on there, or what do you mean? No, no, you can see the mark, but that's okay. But I don't know what they bent, because the Lai is not correct. Yeah, that's weird. The Lai is not correct. Okay, so we checked swing weight, we checked Lai Loft, and we have to check Lai Loft on the wedges. I guess you got two wedges. These were, yeah, the three wedges. These were the... The old one. But you play... I play with those. Yeah. But I, I mean, I didn't check... I mean, we checked them yesterday. Yeah, yeah, yeah. But before I started to play with them, I didn't check them. Okay, so this one is 64 and a half, this one is 64. Which one was it? So the 50 is 64 and a half, and the 56 is 64. Okay. And let's go to the last one, 60 degree. I want to play them standard, but again, I don't have to, I don't know these numbers. Yeah. So, like, but now I will, it's good that I will know them, because I learned yesterday that not everybody has the same standard, so I wasn't aware of this. I thought... 46 and a half for 60 degrees. Um, yes, so we got one degree between a pitching wedge and the 50. Um, should be half a degree, but that's not the big problem. The big problem is between four and, uh, four and five, because there's one and a half degree lie difference. Yeah. And, uh, yeah, I would make that on, on 62 or a 62 and a half on a seven iron. Um, but if you wanted one degree down, it's, for my opinion, it's 61 and a half. So it would be 61 and a half for... For a seven iron, if you wanted one degree down. Okay. So that's like the Japanese standard for, for a seven iron. For standard. Yeah, for, that's, that's a Japanese standard. But if you wanted like the Americans build it, I mean the concept iron is, it's, it's on a seven iron, it's a 63 degree. But normally they, they, uh, they do it a 62 and a half. So like your clubs, 62 and a half. Yeah, I, I mean, I think that's... What's, what's, what's the, what's my six iron, the old one at? Yeah, let me check, let me check. Because we could do one degree less than the six I used to play with. Okay, okay, yeah, okay, that's... That would, that would be easy to measure. If we're at 64 then, I would, I would assume. 63. Oh, it's a 63. Yeah, 63. So... It's like the six right now. 63, and the standard is 62 and a half. 63, yes. So yeah, it's, it's the same as the new set. Uh, was this one was also... Yeah, 63. Yeah, yeah. I mean, if we wanted to bend it one degree down, it's no problem. We can bend that. Yeah, let's do, let's do one degree down. Okay, then everything from the seven iron is going to be 61 and a half. And from this one, we going to bend it always a half degrees. Okay. So this one is for the irons. Um... Perfect. Okay, so now we'll see what the standard is. Um... 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 Ich wollte die Räder oder die DI für die DI. Okay, jetzt haben wir den nicht auf dem Locker. Ich habe die DI-ATX auf dem, so ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wir nehmen das Schrapptop und nehmen das in, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Von der 5-Wood zu der 3-Wood? Das ist der 3-Wood. Oh, aber es ist viel shorter. Es ist viel shorter. Dieser Mann in France built es für mich. Ich habe nie gespielt mit dem Fall. Ich habe einen Ball mit dem Fall und es ist viel zu viel. Das ist das? Ja. Okay, ich kann es versuchen. Ich weiß nicht, ob es ist wegen der Hände? Ich habe zu checken die Länge. Ja, es ist eine 1.5-Inche shorter als der 3-Wood, es ist normalerweise. Okay. So, ich denke, wir werden Probleme mit dem Swing-Wood. Okay. Ja. 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 Das ist es. Das ist es. Du kannst es in 5-Wood, aber nicht in der... Ja. 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 So this one and this one is out. This one and this one is out. Then this is out of the discussion. Okay. Also der hat D2. Der ist ziemlich leicht, aber... So the three-word is D2. Okay. But we can... This one is... I will not use it, I think. Okay. But we can... Then the 19-degree hybrid. D2 and a half. Almost D3. We can do a little bit of a lead tape like this one. Let's do it. Like this. And... This is D3. This is perfect. So the 20-degree is perfect. This one is a little bit light. And this one is D2. Yeah. Okay. So this is the swing weight. I do now a little bit of a lead tape on it. Yeah. Let's do it. We have to check the lofts later. But this one is just swing weight. That's good. Uh... Get the... Oh, no. That's not... That's your driving arms. Yeah. Okay. Let's check the drivers just in swing weight and then we do lie. Okay. And... So... This is... Yeah, let's just take a few different ones. Yes. Here is the one. Ah, okay. The one we did yesterday. So... Yes. This one is now D3. Perfect. Like it should be. Yeah. And this one I think was fine. Because it's heavier. Too heavy in D5. Ah, too heavy, too heavy. D4. D4 and a half. Almost D5, yeah. Yeah. So, too heavy, but... Actually, last night I went home and I have a little scale like the one you have here. Yes. And this one was 197. This one just, I think, 201. Yes. That makes sense. Yeah, the hat is just heavier. Yeah, just heavier. Um... But, um... It's interesting because these are the good hats. So, um... Maybe they make it a little bit heavier. Because these are the tour hats. Maybe. Yeah, maybe. Okay. Let's check the loft settings. I don't know what's this sitting there in the room. Let me see. Awesome. It's on plus one. You don't play it like that? I play that plus one. Okay. Yeah. But it's on D. Do you play it on D? Uh... Well, I spot them anyway. Yeah, I play on D plus one like this, yeah. Because you see actually, they send you the adapters and this one is... You have different adapters. Yes. And this one is the flat one. Yes. It makes it play flatter. Yeah. So... This one has a different adapter, yes. Yeah. You see there's the little like red... Red dot. Red line, yeah. And this is like the flat adapter. Not really. I don't know. I just... The thing is on tour, most guys, they don't want to sit above the left. So, the drivers, they like to sit them up that the miss is right. But me, I don't like it so flat. So, the thing is they send it to you with the flat adapter. So, I have to put it on D and it's one of more than, you know. Yeah. Because of the non-tool versions, it's almost like what drivers have to do too long. So, if you have one. Yeah. Trying to avoid the hook and wants it to be a little bit flatter. Yeah. Yeah. The drivers you find in stores, I think that they are built to not slice. Yeah. Or to help people not slice. Yeah. Do you think it was the face? I like to use the face, yeah. But fairly neutral, actually. It depends. So, I'm between 9 to 10 degrees. Okay. I think this driver is fine. Okay, yeah. I'm between 9 to 10. Okay. It's also the same. In loft, it's good. It makes sense. It's between 9 and 10. Yeah. So, the loft is good. The loft is good on this one. The loft is good. Perfect. So, I mean, the irons are the big problem, right? The irons we need to fix. Yes. For sure. The irons we need to fix. The irons we need to fix, yeah. Let's check on the 3 and... 2 and 3. Iron. Yeah, the lie. And the loft. They feel up. I don't know what... They feel up, okay. They feel up. Okay. So, loft is good. Loft is at 80 degrees. And the lie is at 61 for a 2 iron. So, it's not so up, or? This is also up, yes. Oh, this is up. Okay. Because it should be out here, yeah. I got it. That's true. The loft is good. The lie is 61. It's like the 4 iron. So, it should be on 60. 59 and a half. Okay. 61. Almost a half. And 21 degrees. So, loft is always right. Loft is right, yeah. Okay. Yeah. Let's bend it down. And cut the irons. But I have to find the right grip. I have to check if it's on stock. I think we don't have it on stock. But if you go on the Tour Velvet just for this tournament. Yeah, yeah. That's right. And we do three tapes on it. I think though the Tour Velvet is thicker than the Lanky. Yeah, I think it's almost the same size. It feels the same? Yeah. Pretty much for me. Okay. So, for the Pata, it's like this. There are two, one with a double band shaft. I just explained it in German. Yeah. One with a double band shaft. He plays the Pata immer leicht open. He says he can have four or a half Loft. And with that we have five to six degrees Loft. And 73 Lai. Also 71 is normal. He plays normal 72. And the other is much better. The other has four degrees Loft. And 72 Lai. And the other is too high in Lai and Loft. And the other is too high in Lai and Loft. But we can do that. Okay. This is a quarter longer than standard. Yeah, but if I build clubs for you, I don't write standard on it. I write the correct length. That's easy. So that's what is not good. But I mean, yeah, we build it correctly. I don't care about the look. Yeah, so the look is going to be really ugly. It's going to be really ugly. Right there, right? Yes. Yeah, that's fine. Yeah, so. No problem. If we cut a half an inch, we are going to be, the swing rate going to be at C9. So I think. What is it? Yes. So I'm going to put, I don't know, between two or three grams in the hosel. Because no chance we can put it just on lead tape. Yeah. It's just too much lead tape. So we put a little bit in the hosel. And then we put two lead tape stripes on it. Okay. And this is four grams and one gram in the heads. So we have five grams and then we should be at D3. Yes. Oh, that's that light. Yeah, the heads are light. But the clubs are also longer, so. Yeah. Yeah. But, so this one is just a different length at standard. That's the main problem. Right. That's the main problem. So you're going to cut them what, like a quarter or a half? Yeah, I mean, I cut it exactly like your old clubs. So it's between a quarter and a half inch. I think it's almost a half an inch. So do you want me to leave? Yeah. I need one six iron. One six iron? Yeah. I need one six iron. Yeah. To get it right. I also need to bend the driving irons. So yeah, I mean, I need just the old six iron and every new club. Okay, good. Dann reden wir vielleicht nochmal ganz kurz drüber, was es so gegeben hat. Mit seinen Eisen war es so, dass er jedes Jahr neue Eisen bekommt. Und er hatte früher Eisen, die auf Standard waren. Also er hat die Schläger wirklich Standard bestellt. Was ihm wichtig war, dass er Schwunggewicht D3 hat. Aber er wusste halt nicht seine korrekte Länge, die er immer spielt. Und jetzt hat er neu im Januar bestellt und hat die Schläger auch wieder Standard bestellt. Jetzt war das aber ein anderes Modell. Und zwischen den Modellen gibt es ja Längenunterschieden. Das heißt, er hat jetzt Standard bekommen, aber hat einfach ein längeres Eisen bekommen. Was gestimmt hat, muss man sagen, waren die Lofts. Also die Lofts haben gepasst. Eigentlich bei jedem Schläger. Aber also der Leih war auch nicht korrekt. Da hat es ziemliche Gaps gegeben. Man hat auch Druckstellen an dem Eisen gesehen, was grundsätzlich ganz normal ist. Aber man hat gesehen, dass die irgendwas gebogen haben. Und also die Biegerei war jetzt bei dem nicht so genau. Also da hat es einfach kleine Unterschiede gegeben. Ich will trotzdem überhaupt nicht schlecht reden. Aber man kann ja über das Ganze mal reden. Beim Putter, da gab es zwei Geschichten. Der eine Putter will den, das habe ich glaube ich eh schon erklärt. Er will den Putter mindestens mit 4 Grad Loft spielen, 4,5 Grad Loft und 1 Grad ab. Und den hat er auch bei dem einen Putter bekommen. Beim anderen Putter waren es 5 bis 6 Grad und 73 Grad. Also zwei Grad ab. Zwei Grad ab dann. Ja, die Hölzer waren grundsätzlich fast alle gut. Ich habe nur am Hybrid, da war eins die 1,5 anstatt die 3. Dann haben wir ein bisschen Lead Tape drauf gemacht. Bei den Eisen, die schneiden wir jetzt heute ab auf seine alte Länge, auf seine normale Länge. Und machen da Schwunggewicht, also D3. Das heißt wir füllen ein paar Gramm ins Hosele und der Rest kommt alles als Lead Tape hinten drauf. Sieht zwar jetzt nicht so gut aus, war ihm komplett egal. Das ist glaube ich ja die richtige Einstellung. Ja, das sieht man ja auch auf der Tour. Das Kopfgewicht kann ich halt anders nicht ändern und er bekommt halt da keine eigenen Köpfe oder so. Ja, genau. Ansonsten, wir wünschen ihm da viel Glück und hoffen, dass er natürlich so gut wie möglich spielt. Der fliegt jetzt übermorgen wieder nach Südafrika und dann halt auch mit den richtigen Schlägern. Genau. Ja, aber war sehr interessant zu sehen, gerade auch weil er sehr genau wusste, was er wirklich will. Ja, also beim Schwunggewicht und so. Ja, er will genau das und das haben. Wir haben jetzt auch gar nicht groß mit dem Quad rum probiert und gefüttert, sondern er hat eigentlich wirklich genau gesagt, das will er so haben und das passt nicht so wahrscheinlich und schaut es da mal und so war es dann auch meistens. Also der weiß genau eigentlich, was er will und was er braucht. Ja, nur bei der Standardlänge, also das hat er immer nicht ganz so. Also ich habe ihm das gestern auch schon erklärt, dass er einfach unter den Modellen, dass es da verschiedene Längen gibt und das weiß er jetzt und ihm war sehr wichtig, dass wenn ich ihm alles aufschreibe, also dass ich ihm alles aufschreibe, dass er dann seine Länge wirklich auch weiß. Ja, und er will jetzt auf jeden Fall flatter spielen, also etwas niedriger vom Lai und ja, mit den Köpfen. Also ich kann nur sagen, dass Dreiwarköpfe und so echt gut war, also vom Loft. Das hat echt gut gepasst. Die Köpfe sind auch schwerer, die Köpfe sind genauer. Diese Tourköpfe sind sehr, sehr gut. Ja, also war sehr, sehr spannend. Wir bauen das Ganze so schnell wie möglich für ihn und ja, dann passt das auch wieder. Ja, auch wichtig vielleicht nur kurz zu sagen ist, dass er wirklich gefittet worden ist, nicht bei uns und da wollten wir jetzt auch nichts reinreden oder so. Also er ist gekommen, dass wir die Schläger überprüfen, aber jetzt nicht für ein direktes Fitting, sonst hätte man natürlich auch Bälle geschlagen und so weiter. Aber um das ging es jetzt auch nicht. Deshalb werden wir da jetzt nicht, ja, ihm nochmal fitten. Genau, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.